Und damit Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bio. Freue mich, dass du wieder einschaltest. In der letzten Folge haben wir es geschafft, die ersten Missionszene der Stadt des Sonnsteins zu erfüllen. Jetzt müssen wir uns für saubere Luft hier einsetzen. Deswegen müssen wir das Ganze heute auf einer etwas größeren Linie fahren. Das Ganze mit einem Erdgasbus und am besten mit dem Passwort Repaint, den saubere Luft Repaint, den wir jetzt übrigens noch anpassen müssen. Deshalb, ja, schauen wir mal, ob wir das hier hinbekommen. So Bus-Depot. Schauen wir mal, gibt es denn jetzt hier überhaupt, jetzt zeig ich nochmal den Bus-Shop. Diesel, 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 Erdgas. Diesel, Diesel. Erdgas. Erdgas. Was ist ein Erdgasbus? Der CNG. Dann lass uns doch den CNG nehmen. Was ist denn das hier? Das ist auch ein Erdgasbus. Wundervoll, der A21. Komm, dann nimm mal den A21. Müssten wir natürlich schon gekauft haben. Die sind ganz weit hinten, weil es die DLCs waren. So, der A21, hier haben wir ihn. Bearbeiten. Und Werbung. Was ist das? Äh, ich versuche gerade jetzt rauszufiltern, ob es das ist. Das steht nämlich nicht da. Skinder-Fenster an, klar. Ähm, anwenden. Also, ein anderes gibt es nicht. Gehe ich mal stark davon aus, dass es das sein wird. So, wir haben etwas zu fahren. Deswegen würde ich jetzt auch am liebsten gleich durchstarten wollen. Das wird nämlich eine extrem lange Fahrt. So, dann das Ganze. Ich hätte hier gerne, dass es tags ist. Äh, mach ich ja noch mal aus. Ich glaube, viel zu viele Busse, Alter. Viel zu viele. So, der A21, Erdgasbus. So. Das ist er. Schön, der Spiegel hier. Also, unsere neue Aufgabe hier mit dem Erdgas repaint oder mit der sauberen Luft repaint. Großartig. Ja, dann. Auf, auf und davon, würde ich sagen. Gut, jetzt, äh, ein bisschen dauert das Ganze hier. Hoffentlich habt ihr Zeit mitgebracht heute. Aber das sind halt diese Aufgaben. Die kann ich ja vorher aber nicht entziehen. Fenster auf. Gut, weiter glüht's. wenn ich sie nicht mehr nehmen könnte, Und mittlerweile geht's. Ich bin überwohnt. Nein, du brauchst, ich bin überwohnt. Ich bin überwohnt. Ich bin überwohnt. Ich bin überwohnt. So wundervoll, ja wie gesagt, ich bin ja in der letzten Folge stehen geblieben, ich habe mich mal weiter ausgeholt, vieles passen einfach. Also da muss ich auf jeden Fall mal gucken, ob ich da groß los habe, da überhaupt noch weiter zu machen, weil in mich hat es nicht so voll gesagt, ob ich da habe und es spielt tatsächlich, vielleicht war es es auch gewesen, vielleicht sollte es halt so sein. Wenn ein TMS oder so nicht schafft, das Ganze normal zu speichern, das irgendwo zu hinterlegen, wo man halt nicht daran denkt, was man das anzuspeichern muss. Ja, das ist natürlich blöd. Normalerweise sind all meine Savegames da von den ganzen Spielen, weil ich eigentlich immer alles versuche zu sichern, was zu geben, bevor ich das Windows installiere. Aber wenn es natürlich so utopische Spieleentwickler gibt, die ihre Speicherstände sonst wo speichern, dass halt da nicht dabei ist, ist der Savegames da weg. Und ja, da kann ich nur mal nichts ändern dran. Und dadurch, dass wir jetzt auch schon so lange raus sind aus dem Thiefpass-Simulator, glaube ich tatsächlich, wenn es nicht so noch mit dem Vorderpunkt ist. Also entweder starten wir mal neu oder das Projekt ist erstmal soweit wieder begraben. Ich meine, wir müssen halt immer gucken, was gerade so aktuell ist und was gerade so, wie es zeitlich natürlich aussieht. Zeitlich ist immer bei mir immer so ein kleiner Punkt, der bei mir immer ein bisschen fehlt. Also nicht wundern, dass ihr auf den Thiefpass-Simulator erwartet und ja, da kommt nichts. Das ist nicht mit böse Absicht, aber als letztes Statement immer abgegeben, dass da auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit, sag ich jetzt mal, erstmal nichts kommt. Erstmal machen wir jetzt den Bus-Simulator fertig, würde ich sagen. Dann stand ja vielleicht noch aus, dass wir vielleicht denn uns noch den 16er noch vornehmen. Das hatten wir ja auch so irgendwie, ja als Idee gehabt, dass wir das Ganze nochmal machen über den Vorgänger vom Bus-Simulator. Fände ich natürlich auch eine sehr interessante Sache nochmal. Und ja, sonst habe ich jetzt nur so Homs und Lotus und so, ne. Fände ich mal an der Fände zum Geld. Ja, also eigentlich sind wir gut ausgebucht, so dass wir ein Projekt anbieten. Und tatsächlich, ich hatte, bevor ich noch meinen Kanal angefangen hatte, immer so ein Gedanke gehabt, ich muss kaum es wieder haben, so einen Kanal zu führen. Das stimmt nicht mehr. Mittlerweile kann ich es verneinen. Ich habe ganz schön zu tun. Das ist schon absolut Wahnsinn. Tschüss. Tschüss. Oh, die Gefälle. Die gibt's. Hier bei uns. So. Und ich würde dann sagen, dieses Aufleveln von den Halbstellen muss ich dann wieder aufs Regeln. Ich denke mal, hier müssen wir wieder eine separate Linie erstellen, halt. Wenn wir nur einmal lang fahren, werden wir automatisch gleich aufsteigen. Das war ja nächste Woche, die wir nicht weitermachen können. Ja. So sieht's dann also. Es wird sich schon mal eine kommende Woche aus. Wenn wir unterscheiden, dass das Kumpus-Simulator dann auch da weiter geht. Nächster Hall. Ansteigen. Aufsteigen. Sehr prünktlich. Danke. Tschüss. Die Sonne. So. So. Alle drin? Schaut so aus. So. Schon wieder überholt hier. So. Das ist abbremsend. Oh, das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. Das tut mir aber leid. So. Ach so. Da steht's nicht eine. Die Sonne bleibt da hoch. Was stinkt denn hier so? Ja. Ah, keine Ahnung, wer hier stinkt. Alles drin? Okay, dann geht's weiter. Okay! Hast du die letzte Fol- Nein, nicht Spoilern! Ah, Mann, die Schwanz war ich nicht. So, Kinders, einsteigen! So, Kinders, einsteigen! So, Kinders, einsteigen! Oh, gut, gut, gut! Oh, ja! So, so! Ich dachte, ich glaube, dass es jetzt das richtige Loopane war, aber ein anderes Loopane gab jetzt nicht. Das kannte ich jetzt auch noch nicht als Loopane. Also muss es das Loopane sein. Oh, das war genial! Den ganzen Tag nur Sightseeing und Schopfen ging gut! Ich nehme die Schichter, dann wäre Schichterloch. Aber das wäre halt cool. Weißt du, das könnte man jetzt so richtig Schinnen anfinden, weil die ja immer von Sunny Springs und die reden. den Urlaubsort, wo sie den Urlaub gemacht haben, wenn wir das Ganze dann halt so übersprechen, dann wieder... Die Katzen haben doch Angst vor Wasser! Ja, das kann man denn, ja, die Zeit nehmen. Wunderbar, wie sah denn so sattes Pilz aus? So, einsteigen, der Zeit ist zu spät. Hi! Ich dachte mir, ich muss kurz gucken, zu spät, aber zu spät. Puh! Zum Glück habe ich den Bus noch erwischt. Moment mal, ist das überhaupt der richtige Bus? Oh, das ist sogar der einzige Bus, der ich dann fährt. Also, ja! Oh, du, jetzt hätten wir nur die Gegend nicht mitfahren können. Das kann man dir nicht sagen. Ist das mal gut? Oh, nein! Mein Akku ist schon wieder leer! Das tut mir leid. Der Akku ist schon wieder leer. Oh, nein! Läuft hier bei uns? Ein bisschen Schaukel. In der Grube. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Krass! Ha! Ich glaube, wir gehen mal Street Food. Ach, boah! Ach, ich kann deinen Schlüssel nicht finden! Wolltach, Wolltach! Eben-J Bartle Das, was der uns da geplant hat, das war einfach den, wie wir sind, wir fahren rein und wieder raus, ja. Deswegen hab ich jetzt die Steinecke mal reingenommen, damit sie so ein bisschen wundern hinten fährt, als wir dieses rein und raus fahren. Und so hat Steinecke dann auch noch mal angeflogen, aber wie gesagt, das wird ja eh alles nochmal um die Geburtserkäste gebaut, damit alle Halbstähnen da sind, aber jetzt kannst du halt noch nicht viel planen. Ja, noch so planen, dass die kleinen Abwärtsfahren sind. Ach nein, mein Akku ist schon wieder leer. Ja. Für Steinecke, du hast... Schönen wir mal so, ein bisschen Kostetrationen hier. Alles so viel, wenn wir, als wir das Lenkrad spielen, oder? Ja. Ja. Da. Da. Ja. 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 Ich habe, ich habe die Fl tightly zum Beispiel, da bin ich nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Seaside Rally Ja, ja, alles Befattest Alles Befattest hier Ich hab so einen Hunger Okay, holen wir uns was zu essen Und dann kommt der ZDF, letzte Heitestelle, Leute Letzte Heitestelle für heute Wie sag ich, wer denn So ein schöner Tag Das Ganze denn, manuell denn Also manuell Manuell wird sowieso gemacht Aufstehen natürlich Aufnehmen So Offline spielen Ich hoffe, dass ihr euch das jetzt nicht wieder angucken müsst Wie viele Heitestelle hier aufwisten müssen Und dann So wird es ja den letzten Part Mal gucken, was wir zur Nachhineaufgabe noch warten Man weiß es ja immer nicht Wie hier in Wahrheit drinsteckt Aber wenn man die PC-Version gespielt hat Dann könnte man vielleicht auch mal da nachschauen Viele YouTuber haben natürlich den DLC ja schon gespielt gehabt Auf dem PC Und So einfach mal reingucken, was da sind wir jetzt in der Aufgabe Um zu gucken, wann sind wir dann jetzt hier durch Also dann haben wir dann, wie gesagt, die T-Tour hier auch abgeschlossen Komm, bitte mal mit Okay, bis zum Ordnung So 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 lange Touren basteln. Wenn ich mir mal so angucke, dass Omsi von den Fahrzeiten her gar nicht mehr so einen großen Unterschied macht, ob du jetzt den Omsi fährst oder jetzt hier den Simulator. Haltepunkt 1. So Leute, abgeschlossen. Dann gibt es die Bus-App. Also haben fast alle geschafft hier. Das ist ärgerlich. Schauen wir mal nach, wie sieht es aus? Hat es hart gefruchtet? Alle Haltestellen auf Level 8 bringen und dann geht es schon weiter. Ich glaube tatsächlich, dass wir das sogar doch in der nächsten Folge einfach mitmachen. Wir machen es in der nächsten Folge einfach mit. Das kann nicht so lange dauern. Das ist glaube ich eine Haltestelle, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Warte, wir gucken mal. Genau, es blinkt eine einzelne Haltestelle. Und ja, kommt das mal zusammen, Leute. Machen wir zusammen. Mal gucken, was uns denn als nächstes erwartet hier im Bus Simulator. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei wart. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet nächstes Mal. Und ja, lasst ein Like da, schreibt rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. Wir sehen uns.